ja hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einem neuen auspack video heute möchte ich mal mein neues ride becken auspacken das dream blissseries gorilla ride in 22 zoll ich habe schon in einem anderen video darüber berichtet das könnt ihr euch da irgendwo anschauen und ich möchte das becken jetzt auspacken und da mal sehen wie es klingt und vor allen dingen wie es aussieht und da haben wir es das 22 zoll gorilla ride was für ein prachtstück chinesisch kanadischer beckenproduktion wir können hier das traditional finde ich sehen aber auch die sehr vielen tiefen hammerschläge die das becken bekommen hat und diese sorgen dafür dass dieses becken doch schon etwas rauschig ist dunkel ist aber dennoch extrem viel power hat ich habe es gerade kurz getestet es ist einfach unglaublich ja ich hoffe euch hat dieses video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten video wieder tschüss